So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi The Fallen Order. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, dass ich den Lautstärke auf dem Rezept doch wieder ein bisschen leiser mache, danke. Und, okay, hier sind wir jetzt durchgekommen. Wir haben einen Koppel gespeichert und wir gehen jetzt da runter, habe ich gehört. Wir haben immer noch kein Lichtschwert, was ja nicht so produktiv ist. Na dann. Achso, das ist das Wasser. Ich dachte, das war... Okay. Halt, stopp, falsche Taste. So, erst wieder reinfinden hier. Okay, da ist nichts. Wir haben jetzt ja wieder unser Ding zum Grund, wa? Unser... Jo, das muss übelkalt hier drin sein. Oder auch nicht, weil da einfach mal... Was hast du gefunden? Geysire. Ich finde es gut, dass wir die Animationen unter Wasser vergessen haben. BD1-Skin. Was ist der? Ja, komm, BD. Ich kriegst mal einen neuen Skin. Äh, da geht's jetzt lang. Hier geht's ja aber auch lang. Kommen wir mal von der Richtung aus. Okay, warte mal, da möchte ich jetzt mal kurz hier gucken. Ob hier irgendwas ist. Und wenn ja, was hier ist. Wo wir hier hinkommen. Ah, ein Echo. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Oha, nee, Kano. Ein wütender Junge. So. Okay. Dann können wir ja jetzt da hinten langschwimmen. In der Hoffnung, dass wir jetzt bald mal zu dem Punkt kommen, wo wir neues Lichtschwert uns basteln können. Wir müssen das Lichtschwert unseres Meisters ablegen, um uns selber eins zu basteln. Das ist basteln, bauen. Basteln bitte nicht, wir sind schließlich nie. Aus den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Oha. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jig, die können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Hm. Oho. Oh Gott, hab ich hier schon. Okay, ganz gerne mal wieder. Sehr gut. Ich hab halt ehrlich gesagt ein Arschungutes Gefühl. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Naja, in Ordnung. Hoffentlich hält das. Wunderes. Hm, okay. Okay, ich wollte gerade nicht hier die Stimme. Ach, wer wollte nicht? Das hat mir ein bisschen Angst sein gejagt. Das ist schon nicht wertabschied. Hey, BD. Das ist ein USB-D hin. Da ist BD. Was hast du gefunden? Noch mehr Geioden. Mineralien. Okay. Okay. Ähm. Ja gut. Äh. Oh Gott. Das kann ja nur noch hinten losgehen. Jetzt hab ich den hier die Sprung nur. Oh. Echt knapp. Was ist das? Der Ruf wird stärker. Da oben ist er. Da oben ist er. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein. Geht das nicht. Es ist schwer hier zu sein. Danke dir. Erst mal speichern. Haben wir noch irgendwas in Fähigkeitenbaum für einen Punkt? Ich glaube nicht, oder? Doch, haben wir. Im Stance-Wechsel kriegen wir nochmal diesen Schild. Aber warte mal, ich wollte ja irgendwas anderes haben. Kraftwurf. Gibt es nicht noch irgendwo einen normalen Lichtschwertwurf? Ach, egal. Verheerender Schub. Verheerender Magnet. Kraft der Freundschaft. BD-Fit-Markt-Anzeige. Wir nehmen es den Behinder auf. Okay. Ich glaube, das hole ich mir als nächstes. Aber ich habe drei Stück für zeitlich wenig. Drei Fähigkeitenpunkte. Kraftwurf. Lichtschwertwurf. Ah ja, stimmt. Den wollte ich auch noch haben. Ich will so viel haben hier. Ich brauche jetzt nichts auffüllen. Großartig. Ich denke nicht, dass ich da rüberkomme. Ich denke auch nicht, dass ich hier langkomme. Deswegen. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Mach das schon. Gibt es da hinter irgendwas? Ja. Ja. Natürlich sind die hier, ey. Da hinten möchte ich hin. Ich kann jetzt den einfachen Weg da lang gehen. Dann komme ich wahrscheinlich noch da oben. Aber ich möchte jetzt erstmal... ...dich gesagt... ...dich gesagt... ...uh. Okay, das war knapper als erwartet. Das war zu kurz. Das machen wir nochmal. Oh no, nicht von hier. Ich schwinge mir diesmal ein bisschen stärker. So, die sollen wir es einfach haben. Aber es war ja klar, dass die im Ufer auftauchen werden. Okay. Okay. So, danke. Ja, zwei von deinen Lebensstil. Komm schon. Oh, das hat funktioniert. Überreste eines Lagers. Oh, BD, du machst das schon. Hm. Hier, wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Thriller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Grease und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kripp falle. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Willst du nachsehen? Was ist das, BD? Äh, Macht und Kontrolle 2. Eine neue Lichtschwerthülse. Okay. Ah, ja. Und von hier aus jetzt... Ah ja, okay, alles klar. Ich habe halt nur einfach gar kein gutes Gefühl, da jetzt runterzuspringen, so einfach. Ja. Ich habe es doch gesehen. Ich glaube, trotzdem erstmal hier runtergucken. Wie kann ich das? Das ist also die Frage, ist, komme ich von hier aus dann da irgendwie wieder hoch? Oh, nee, warte mal, da geht es zurück. Gibt es hier unten auch schon? Aha. I knew it. Ich habe es doch gewusst. Macht und Kontrolle nicht, Schalter. Wo ist denn, BD? BD? Da muss ich wahrscheinlich durchschwimmen, deswegen geht es einmal wieder kurz zurück. Gucken, wo BD hin ist. Gehen wir, BD? Wo ist er denn gewesen? Wenn ich hier hinten hingehe, dann ist er auf einmal weg. Hier, jetzt. Ah, aha. Oh. Was haben wir denn da? What's this? Sehr gut. Kyberkristall. Wieso habe ich die Befürchtung, dass wenn ich hier mein Lichtschwert habe, ich hier erst durchkomme? Ist das dann ein Speicherpunkt? Das ist ein Speicherpunkt tatsächlich. Alles klar, dann. Ich würde mich gerne in dem Wasser aufhalten, wenn das wärmer ist als, äh, als die Umgebung. Okay, ich kann nicht überhaupt hier drauf tauchen. Da muss ich hin. Gibt es hier noch irgendwas? Nö, nö, ist klar. Na dann. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche's. Wir wollen ja noch gar nicht raus, wenn wir erstmal unseren Kristall haben, oder nicht? Go faster. Okay, Bedi leuchtet nur grün, wenn er... Bedi, komm bloß nicht näher. Bedi! Ja! Ist hier irgendwas? Oh, okay. Äh, ich glaube mir ist kalt. Zwischensequenz, bitte. Ey, das ist gerade hell. Ah ja, okay. Oh! Ein junger Kerl. Es ist tatsächlich nicht ein junger Kerl. Jetzt ist es quantumisch, bevor HER ist echter nicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Mary- Komm, Kerl, du schaffst das. Oh. Nein, 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 nein! Nein! Es ist vorbei. Wir sind geschattet. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein, Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD-1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Genauso wie dir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leibwohl. Alter Freund. Und das? Bist du auch an dich verpackt? Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Finde den Küberkristall. Oh, mein Controller zieht ausgeschaltet. Danke, mal wieder. Blödes Misting.